Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum Madden NFL 25 Ultimate Team. Jawohl, wir haben immer noch die Epic Challenges Season 2. Ich nenne sie gerne die Impossible Challenges, weil es doch relativ schwer ist immer. Playcall is falling to you with your team behind. Make the right reads and adjustments at the line to find yourself with a 6 plus point lead before the quarter ends. You will need to trim the lead with 8 plays and for the bonus gain 20 yards in 3 plays. Okay. Ich muss immerhin von 8 Spielzügen punkten. 20 plus yards in 3 Spielzügen und ein 6 point lead. Okay. Na, schauen wir mal. Kunde bei eigenem 20. Das sind aber komische Seahawks. Ach du Schasse. Wirft ihn weg. Warum macht er das denn nicht? Warum macht er das denn nicht? Wieder hält er den Pann anstatt dass er einfach mit R3 wegwirft. So wie ich es ihm sag. Ich verstehe es nicht. Ich würde es so gerne verstehen, aber ich verstehe es nicht. Das ist natürlich schon heftig. Und jetzt geht es. Und jetzt geht es. Gut. Oh, Barkley. Da hätten sie ihn aber auch deutlich besser unterstützen können, als sie es jetzt gemacht haben am Ende. Muss ich einfach straight mal so sagen. Aber ich liebe ja nichts wie es, wenn der Spieler vorne oder der Verteidiger schon wegläuft, bevor wir über die Nähe kommen. Oh Gott, tut der mir leid. Also der Spielzug, der ist so für den Arsch. Der ist so für den Arsch. Und wieder so ein Kackwurf. Wieder so ein Kackwurf. Warum wirft er nicht? Warum wirft er nicht? Der fuchst mich so an, dieser Quarterback. Das gibt es gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich ihm sage, er soll direkt werfen, dass er nicht wirft. Das gibt es doch gar nicht. Und wieder nicht. Er hat vier Sekunden Zeit. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir probieren es jetzt noch mal. Das kann noch gar nicht sein. Schauen. Geht doch. Dann haben wir da leider keine Blocker. Dann haben wir Second and Eleven. Warte mal, sind wir da vorne gekommen? Wir haben First and Fifteen. Second and Fifteen. Ja, du kannst ja nichts machen. Wie, du kannst nichts machen, du Trottel. Hey, das gibt es doch gar nicht. Hey, wir haben eine Omeline, die literally nicht blockt. Und wir haben da hinten einen Quarterback stehen, der literally nicht passen kann anscheinend. Ja, aber das waren nämlich nur acht Yards jetzt. Das war ein guter erster Versuch. Wir müssen vorwärts kommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass Tyreek Hill den Ball kriegt. Oh, da steht jemand. Oh, ein Interception. Fuck, das ist es. Fuck. 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 Michael Wick Escort, aber was ist denn das für eine Mannschaft? Diese Querbeet zusammengewürfelt einfach. Er schafft es nicht. Das ist unfassbar. Ich will verstehen, wie beschissen mein Quarterback eigentlich ist. Probieren wir nochmal. Ich glaube, dass wir mit dem Spielzeug nicht gut scoren können. Wir werden vorausgesetzt... Oh, wir werden nochmal. Oh, wir werden nochmal. Oh, wir werden nochmal. Ich finde, das heißt schon viel. Ich finde, das heißt schon viel. Wie können wir mal schnell sein, was Tyreek Hill kann, was man jetzt mal sagen. Ich finde, das ist gut. Dritter Spielzug. Das ist der Spielzug Nummer 4. Das ist der Spielzug. 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 Sieben Punkte Führung. Jawohl. Oh, war der Run von Buckley gerade gut. Oh, war der Run von Buckley gerade gut. Und oh, war die Defense-Arbeit vorhin gut. Aber der war Gold wert. Und der White Zone sofort gemerkt, scheiße, da komme ich nicht durch. Und dann habe ich nur gesehen, dass vor mir, wenn ich Glück habe, einer hat zwei Spieler blockt und genau so war es. Konnte ich mich hier schön durchrollen. Der zweite bleibt dann an Munoz hängen und dann war Buckley frei. Oh, war das schön. War das schön. Und toll gemacht von Saquon Buckley. Wirklich. Und ich muss jetzt übrigens auch bei Panix entschuldigen, er hat die 5 Yards gut wieder, schön wieder gut gemacht mit dem 15 Jahr Pass of Tyrant Hill. Das war sehr, sehr wichtig. So, dann haben wir hier Level 6 erreicht. Und wir haben eine weitere Folge im Kasten. Premium Rewards, Selection Item, 84 overall B-Indie Season 3 Player. Das ist sehr gut. Und 150 Season Tickets, 7500 Coins, 300 Coins. Beautiful. Beautiful. Dann bin ich für's Zuschauen. Sagt CiaoNV, wir sehen uns morgen wieder. Dann haben wir morgen die Team of the Week Challenge. Und nächste Woche sehen wir uns dann hier unter anderem wieder zu Chapter 2 Hours. Mal gucken. Bis dahin, ciao und vor bleib gesund. Wir sehen uns. Bis dahin, ciao.